Es gibt keinen Planeten B. Make love, not CO2. Feldentscheidungen, nicht Bäume. Für solche kreativen Plakate und Sprüche kennt man die Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Seit mittlerweile schon mehr als zwei Jahren streiken Millionen Schülerinnen, Schüler, Jugendliche, Studierende und viele andere für mehr Klimaschutz. Innerhalb kürzester Zeit hat es Fridays for Future oder auch FFF geschafft, super viele Menschen aus allen Altersgruppen zu erreichen. In Deutschland ist Klimaschutz zum Top-Thema in Politik, Nachrichten und bei vielen auch im Privaten geworden. Man hinterfragt sich selbst, ihr vielleicht auch. Klar, die Corona-Pandemie hat auch die größte Jugendbewegung der Neuzeit so ein kleines bisschen ausgebremst und das Thema Klimaschutz teilweise sogar etwas verdrängt. Aber der Kampf fürs Klima geht trotzdem weiter. Fridays for Future hat neue Protestformen gefunden, wie zum Beispiel Online-Demos im Livestream. Eine Möglichkeit, die frühere Umweltbewegungen noch nicht hatten. Klar, damals gab es auch kein Internet. Klima und Umweltschutz, das sind absolut keine neuen Themen. Schon in den 70er Jahren haben sich junge Leute mit Umweltproblemen beschäftigt. Im Westen genauso wie in der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Dort haben sich zum Beispiel schon damals Gruppen herausgebildet, die Umweltprobleme kritisiert haben und sich für Veränderungen eingesetzt haben. Und zwar nicht nur, was die Umwelt angeht, sondern auch das System der DDR an sich. Das hing ganz eng miteinander zusammen. Denn damit waren super viele überhaupt nicht einverstanden. Ein großer Unterschied zu unseren heutigen Klimaprotesten. Überhaupt war Protest in der DDR was komplett anderes als heute. Warum und wieso es sogar gefährlich war zu demonstrieren und wie sich am Ende doch so viele getraut haben, das erfahrt ihr alles hier. Also dranbleiben. Zuerst mal die Frage, warum demonstrieren Menschen überhaupt? Naja, meistens, weil sie mit der Politik, dem System oder einzelnen Entscheidungen im politischen System unzufrieden sind oder wütend oder enttäuscht. Sie wollen ihre Sache voranbringen und Veränderungen erzielen. Häufig ist es so, je mehr Leute sich so einem Protest anschließen, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt der und desto eher kann er auch Druck auf Entscheidungsträger meist die Politik ausüben. In der DDR waren viele Menschen ziemlich unzufrieden mit der Situation. Das sieht man auch daran, dass super viele Menschen aus der DDR geflohen sind. Am 17. Juli 1953 machten rund eine Million Menschen ihrer Unzufriedenheit Luft und protestierten gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie wollten mehr Freiheiten und bessere Löhne durchsetzen. Aber dieser landesweite Protest wurde gewaltsam, auch mithilfe sowjetischer Panzer, niedergeschlagen. Es gab Tote. Viele Protestierende wurden festgenommen und verurteilt. Damit sich sowas nochmal wiederholte, setzte die SED, die Partei, die in der DDR das Sagen hatte, auf die Überwachung und Kontrolle der Bürger, um einen geplanten Aufstand vorher zu erkennen und natürlich zu verhindern. Zwar hatten die Bürgerinnen und Bürger der DDR auf dem Papier, das Recht sich zu versammeln, staatlich unabhängige und von der SED nicht gewollte Versammlungen wurden aber aufgelöst. Eigentlich war es in der DDR also so, wer sich kritisch äußerte, öffentlich protestierte oder sogar Widerstand leistete, der griff das System an und musste damit rechnen, verfolgt zu werden. Gegen solche Kritiker oder Oppositionelle wurde hart vorgegangen. Das wirkte natürlich auch auf andere einschüchternd. Die Realität sah also so aus. Demonstrationen oder Proteste gegen staatliche Regelungen waren nicht zugelassen. Lange waren Demonstrationen in der DDR also nur von der SED angeordnete und organisierte Kundgebungen oder große Massenveranstaltungen. Individuell angemeldete und davon unabhängige Demonstrationen waren im Alltag nicht vorgesehen. Aber in den 1970er Jahren fanden einige Kritiker eine Art Schlupfloch. Die Kirche. Und das waren neben der Menschenrechts- und Friedensbewegung auch Umweltschützerinnen und Umweltschützer. Es gab in der DDR nämlich eine ziemlich krasse Umweltverschmutzung, die die Menschen buchstäblich am eigenen Körper spürten. Seien es die dicken Staubschichten, mit denen Autos, Fenster und draußen aufgehängte Wäsche bedeckt waren, die von der Braunkohleverbrennung stammten. Oder aber die Atemwegserkrankungen und Ausschläge, mit denen viele Menschen in Industriegebieten zu kämpfen hatten. Und zwar überdurchschnittlich oft. Und selbst in Seen und Flüssen konnte man den Schmutz deutlich erkennen. Und das alles, obwohl Umweltschutz in der DDR schon vergleichsweise früh gesetzlich festgeschrieben wurde. Schon etliche Jahre vor der Bundesrepublik Deutschland gab es in der DDR ein Umweltministerium. Aber diese Umweltpolitik hat nicht wirklich etwas gebracht. Denn die Wirtschaft, die in der DDR oft von Versorgungslücken und Engpässen geprägt war, hatte Vorrang vor dem Umweltschutz. Was die Umweltschützer damals besonders aufregte, obwohl die Umweltschäden in vielen Orten der DDR total offensichtlich waren, gab es sie offiziell gar nicht. Die Regierung hielt sämtliche Umweltdaten einfach geheim. Es war sogar verboten, Informationen zu Naturzerstörung und Umweltproblemen in der DDR zu verbreiten. Insbesondere unter dem Dach der evangelischen Kirche, also der einzigen größeren Organisation in der DDR, die nicht vom Staat gesteuert wurde, sammelten sich die Kritiker. In den Kirchen gab es nämlich einen gewissen Freiraum, sich mit genau diesen Themen auseinanderzusetzen und auch Kritik zu äußern. Und genau so entstanden zunächst erste Umweltbewegungen, die einen besseren Umweltschutz forderten in der DDR. Es gab Aktionen, wie zum Beispiel Fahrradkursos oder auch Seminare oder eine Baumpflanzaktion der evangelischen Jugendarbeit. Das ist was, was Fridays for Future übrigens auch schon gemacht hat. Mit dem Unterschied, dass man heute problemlos protestieren darf und dass es für die Fridays for Future Aktivisten wesentlich einfacher ist, an Informationen zu kommen. Ins Internet gehen und schon stehen einem sämtliche Berichte, Forschungsarbeiten, Gutachten oder Videos zur Verfügung. Und wenn man den Staat, wenn man Behörden fragt, dann müssen die auch Auskunft geben. In der DDR musste man dafür in den Keller. Und zwar wortwörtlich. Mitte der 1980er Jahre wurde in der DDR in den Kellerräumen eines Berliner Pfarrhauses extra dafür eine Bibliothek gegründet. Dort gab es dann zum Beispiel in der DDR kaum erhältliche oder sogar verbotene Bücher. Nicht nur zum Umweltschutz, sondern auch zu anderen Tabuthemen, wie Menschenrechte, Frieden, Abrüstung. Es gab mehrere solcher sogenannten Umweltbibliotheken in der DDR. Die zum Treffpunkt für oppositionelle Gruppen wurden. Und auch systemkritische Zeitungen wurden dort heimlich gedruckt. So ganz ohne die SED ging die Rechnung aber nicht auf. In der Berliner Umweltbibliothek machte die Stasi 1987 eine Razzia und verhaftete dabei sogar einen 14-Jährigen. Viele Umweltaktivistinnen und Aktivisten wurden von der Stasi überwacht und teilweise mit Ordnungsgeldern, Berufsverboten oder Gefängnisaufenthalten bestraft. Ganz unterdrücken konnte die Regierung den Widerstand aber nicht mehr. Und gleichzeitig wurden Umweltgruppen politischer, denn sie kritisierten auch das System an sich. Im September 1989 fand dann die erste Montagsdemonstration in Leipzig statt. Jede Woche wurden es mehr Menschen. Die Bilder dazu kennt ihr. Klar, das waren keine ausschließlichen Umweltproteste, aber bei den Demos haben Umweltthemen eben auch eine große Rolle gespielt. Gefordert wurde anfangs zum Beispiel, dass die geheim gehaltenen Umweltdaten veröffentlicht werden oder die Luft- und Wasserbelastungen reduziert werden. Neben den Umweltgruppen haben auch Friedens- und andere Oppositionsgruppen demonstriert. Seite an Seite. Deren Themen Demokratie, freie Wahlen, Reise- und Meinungsfreiheit. Der friedliche Protest wurde immer größer. Es wurden immer mehr Menschen. Teilweise, das muss man auch dazu sagen, gab es wieder staatliche Gewalt. Zum Beispiel im Oktober 1989 in Dresden und Ostberlin, als die Polizei Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke gegen Protestierende einsetzte. Aber das war in viel geringere Dimensionen als 1953. Und am 9. Oktober 1989, der als Turning Point der friedlichen Revolution gilt, blieb die Demo friedlich. Genauso wie die folgenden. Die Proteste führten schließlich nicht nur zur Öffnung der Mauer, sondern auch zum Sturz des SED-Regimes und damit zum Ende der DDR. Die Proteste haben also zu ganz schön großen Veränderungen geführt. Nämlich zur Revolution und letztendlich auch zur Abschaffung des politischen Systems. Die Umweltthemen rückten natürlich erstmal in den Hintergrund, waren aber nicht verschwunden. Die Umweltaktivisten waren in der Zeit der Wiedervereinigung an verschiedenen Gesprächen beteiligt und haben damit einige umweltpolitische Entscheidungen mit beeinflusst. Kurz vor dem Ende der DDR gelang es zum Beispiel, einige Nationalparks zu errichten und insgesamt 4,5 Prozent der DDR-Fläche unter Schutz zu stellen. Das war ein großer Fortschritt im Vergleich zur Zeit davor. Auch heute gibt es noch viele Proteste auf der ganzen Welt. In Deutschland sichert uns der Artikel 8 des Grundgesetzes die Versammlungsfreiheit zu. Es gibt dabei ein paar Regeln. Die Protestierenden dürfen sich zum Beispiel nicht uniformieren oder vermummen und müssen die Demo auch anmelden. Anders als in der DDR werden Demonstrationen heute aber von der Polizei nicht verhindert. Im Gegenteil, die Polizei hat die Aufgabe, die Demonstrationen zu ermöglichen und die Teilnehmenden zu schützen. Kommt es bei einer Demonstration zu Gewalt gegen Personen oder Dinge, dann kann die Polizei sie auflösen. Übrigens, es gibt nicht nur die klassische Demo, bei der viele Menschen durch die Straßen ziehen und Plakate hochhalten. Viele machen auf ihre Themen auch zum Beispiel mit Mahnwachen, mit Petitionen oder Online-Petitionen, also Unterschriftensammlungen im Netz, mit Flashmobs oder mit Streiks aufmerksam. Manche Menschen ketten sich medienwirksam an Dingen fest oder besetzen einen Baum, damit der nicht gefällt werden kann. Oder sie boykottieren bestimmte Dinge, denn man muss ja nicht mal physisch irgendwo vor Ort sein, um zu protestieren. Das geht auch im Netz, wie Fridays for Futures zum Beispiel ja auch macht. Wenn etwa ganz, ganz viele Menschen einen Tweet mit einem bestimmten Hashtag absetzen, dann kann man damit auch seine Meinung verbreiten. Das nennt sich Tweetstorm. Also, es gibt immer mehr und verschiedene Formen zu protestieren. Mit Protesten kann man wirklich was erreichen, politische Entscheidungen beeinflussen oder verändern, eigene Themen setzen oder sogar ganze politische Systeme verändern oder letztendlich abschaffen. Und genau das zeigt das Beispiel der DDR ja besonders deutlich. Aber auch heute können Proteste einiges verändern, auch wenn sie sich nicht gleich gegen ein ganzes System auflehnen müssen. Jüngstes Beispiel, mehrere Umweltorganisationen wie Greenpeace, German Watch oder der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und junge Klimaaktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future haben die Bundesregierung verklagt vor dem Bundesverfassungsgericht. Und sie haben letztendlich zumindest teilweise recht bekommen. Das deutsche Klimaschutzgesetz ist in Teilen nicht ausreichend. Jetzt muss die Regierung es nachbessern. Und das, weil einige Menschen aktiv geworden sind und sich gewehrt letztendlich geklagt haben. Das ist ein Riesenerfolg für die Klimabewegung. Und ein weiteres Beispiel dafür, wie Proteste etwas bewirken können. Auch eine Klage ist ja ein Ausdruck dafür, mit etwas unzufrieden zu sein. Heute, und das ist ganz wichtig zu unterscheiden, bedeutet Protest etwas anderes für uns als für die Menschen in der DDR. Während die nämlich verfolgt, unterdrückt und überwacht und Proteste gewaltsam niedergeschlagen wurden, wird das Demonstrationsrecht heute vom Staat geschützt. Zumindest in Deutschland. Dabei gibt es natürlich Regeln, aber niemand muss heute Angst vor Konsequenzen haben, wenn er oder sie die eigene Meinung sagt. Solange dabei kein anderer verletzt wird. Das ist klar. Es liegt daran, dass wir in Deutschland eine echte, eine funktionierende Demokratie haben. Natürlich ist das längst nicht überall auf der Welt so. Noch heute gibt es zahlreiche Länder, in denen Protest und Widerstand gefährlich sein können. Davon bekommt man immer wieder auch in den Nachrichten was mit. Habt ihr schon mal für was demonstriert? Und wenn ja, für was? Hattet ihr vielleicht sogar einen Protest-Slogan? Bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Schreibt das gerne unten hin. Und dann können wir darüber ein kleines bisschen diskutieren. Hier neben mir findet ihr noch zwei weitere Videos unserer Reihe mitbestimmen. Hier und hier einfach draufklicken. Dann kommt ihr hin und könnt da auch noch mal ein bisschen was dazu lernen. Hoffentlich. Danke euch fürs Reinschauen. Danke fürs Zuschauen bei diesem Video hier und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.